Im Jahre 1284 gab es im Hameln eine schreckliche Rattenlage. Die Ratten aßen das ganze Essen und die Bürger mussten nur leiden. Sie haben aber burst in die Clouds! Sie haben meine ganze Bier mehr getrunken! Sie haben ein roter Kuchen geputzt! Wir wissen einfach nicht mehr weiter. Es muss sich hier bald etwas enden. So kann das nicht weitergehen. Wir Ratten brennen durch die Stadt. Die Bürger haben uns zu sagen, alle Leute rufen laut. Schlaft die Ratten weg, schlaft die Ratten weg, bringt die Ratten alle um. Schlaft die Ratten weg, schlaft die Ratten weg, bringt die Ratten alle um. Alle Würden waren gespeifelt und niemand fügt in einen Ausweg. Da kam ein allerfremder gehibesvoller Mann in die Stadt. Er erfügt von dem Rattenproblem der Bürger und bot seine Hilfe an. Urge der Stadt Hammel, ich habe gehört, dass ihr Hilfe braucht. Wenn ihr mir ein 100 Goldstücker gebt, befreie ich Hammel von der Ratten- und Mäuserplage. Der Bürgermeister war einverstanden und übersprach das Geld auch zu sagen, sobald der Rattenfänger seine Arbeit beendet hat. Der Rattenfänger nahm nun eine Flotte aus seiner Tasche und spielt eine fremde Melodie auf ihr. Schlaftfrau! Der Rattenfänger aus allen Ecken! Der Rattenfänger liegt mit dem Ratten aus dem Stadion hinaus und führt die Ratten gleich in die Bräse, wo sie alle ertranken. Der Rattenfänger geht daraufhin zum Bürgermeister und verlangt seinen Lohn. Ha, wo kommen wir denn dahin? Nichts gibt's und unsere Kassen sind leer. Beschwinde! Und der Rattenfänger schickt den Rattenfänger weg. Der Rattenfänger ergibt sich darüber zu sein, dass er beschließt, eines Tages zurückzukommen und sich an den Möken zu reichen. Ha, 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 ha. Mein schweites Jahr 2013. Der Rattenfänger hat beschlossen, nach Kammeln zurückzukommen und sich an den Böken zu retten. Was ist denn das für ein Gröser? So was Geiles habe ich ja noch nie geholt. Und wo kommt die Musik her? Und so lieben die Kinder der Musik hinterher und der Rattenfänger beschwindet mit den Kindern aus dem Stadt. Die Kinder sind weg! Die Kinder sind weg! Ich weiß nicht, wo sie sind, ich weiß nicht weiter. Wo ist mein Kind? Ich weiß nicht, ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo sie sind, ich weiß nicht weiter. Wo ist mein Kind? Wir hatten den Rattenfänger doch das Geld geben sollen. Und das ist das Ende der Geschichte. Der Rattenfänger führte die Kinder in einen Berg und es gab Gürte, dass sie in Transenwallien wieder herauskamen. Aber die Kinder kamen nie mehr nach Haarland zurück. Und das ist das Ende der Geschichte.